Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Herr Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer sieht sie? Das hier ist Margen, die beiden Befehl sollen das Meisten! Oh Gott, ich bin das einfach gekommen! Das Minister hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen, nie das verrestliche, treulose Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Die Stadt Feiglinge verreichtete Sager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch geschmeißen des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Gamerade, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu laden, wie man Messer und Kabel hält! Ja, wie lange hat das Militärakademie nur verhindert! Es hat mich denen nur ein Stückchen... Widerstand! Ich habe ihn weggelegt! Es hat er gut herangetan! Und da haben alle Höroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein aus Missgesteld, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt dem deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werken soundfill in ihrem eigenen Blut! – Ich bin ein chaos! Und jetzt ist es sie zu haben! Ich bin ein armeer Leiter, und sie werden sie zu verraten. Und sie werden sie zu leben,